Wir kommen zum Demonstrationsversuch des Kapitels 3 mit dem Thema statisch bestimmte Fachwerke. Wir haben hier vorliegend ein ideales Fachwerk, bestehend aus vier Fachwerkzellen mit den entsprechenden Diagonalstäben 1, 2, 3 und 4. Das Fachwerk ist sowohl äusserlich als auch innerlich statisch bestimmt, d.h. ich kann alle Schnittgrössen oder Stabkräfte alleinig mit den Gleichgewichtsbedingungen ermitteln. Die Steifigkeitsunterschiede dieses Fachwerks haben keinen Einfluss auf die Schnittgrössenverläufe. Das Fachwerk ist im Auflager A, das ist linker Hand hier, in beide Richtungen unverschieblich gelagert. Im Auflager B ist es in horizontaler Richtung verschieblich gelagert. Das Fachwerk ist momentan so ausgelegt, dass für eine gleichmässig verteilte Belastung alle Diagonalstäbe Zugkräfte aufweisen werden. Ich möchte aber das Fachwerk mit einer Einzelkraft, mit einer Gewichtskraft von 60 N, hier oben beim zweiten Knoten auf dem Obergurt belasten. Wenn ich diese Last jetzt sukzessive steigere oder aufbringe, sehe ich gleich, dass der zweite Diagonalstab sich der Last entzieht, er knickt aus. Das ist Gegenstand der Einführung Baustatik 2. Das ist ein Stabilitätsproblem. Das wird in Kapitel 15 behandelt. Dem kann ich entgegenwirken, indem ich einen Druckstab einbaue, der eine entsprechende Biegesteifigkeit aufweist. Damit ist es nun möglich, diese moderate Druckkraft aufzufangen. Das heisst, ich habe im zweiten Diagonalstab eine Druckkraft, die anderen drei Diagonalstäbe weisen weiterhin Zugkräfte auf. Für die Berechnung dieser Stabkräfte stehen drei Berechnungsverfahren zur Verfügung. Das ist einerseits mal das Knotengleichgewicht, dann der Ritterscher Schnitt und die kinematische Methode. Ich möchte diese nun kurz einführen. Für die ersten beiden Methoden ist es zweckmässig, zuerst mit einem Schnittkörperdiagramm, das über das ganze Fachwerk geht, die Auflagerreaktionen zu ermitteln. Ich bringe nochmals die beiden Gewichtskräfte hier auf. Das heisst, ich habe hier 60 Newton, die punktuell eingeleitet werden, und die Auflagerkräfte fallen folgendmassen aus, ich habe beim Auflager A drei Viertel, also 45 Newton, und beim Auflager B ein Viertel, also 15 Newton. Mit dem Knotengleichgewicht kann ich mich jetzt sukzessive durch das Fachwerk vorarbeiten. Beispielsweise wenn die gesuchte Stabkraft die Stabkraft des zweiten Diagonalstabes ist, muss sich zunächst mittels Schnittkörper und Gleichgewichtsbedingungen den ersten Knoten behandeln, den zweiten Knoten behandeln, dann den dritten und dann den vierten, um so jeweils die unbekannten Stabkräfte ermitteln zu können. Der Ritter'sche Schnitt führt hingegen schneller zum Ziel. Wenn ich beispielsweise beim vorliegenden Fachwerk interessiert bin an der Stabkraft des dritten Diagonalstabes, kann ich gleich mit einer Berechnung diese ermitteln. Hierzu muss ich einen entsprechenden Schnittkörper bilden. Der Ritter'sche Schnitt ist dadurch definiert, dass ich nur drei unbekannte Stabkräfte schneiden darf. Das ist mit diesem Schnittkörperdiagramm gegeben. Die vertikale Gleichgewichtsbedingung gibt mir gleich den vektorellen Anteil dieser Stabkraft des dritten Diagonalstabes. Sie beträgt 21,2 Newton. Die letzte Methode ist die kinematische Methode und die möchte ich wiederum am zweiten Diagonalstab zeigen. Wenn die gesuchte statische Grösse eben die Stabkraft des zweiten Diagonalstabes ist, kann ich die entsprechende kinematische Bindung lösen. Das vorliegende statische System ist statisch bestimmt. Das heisst, wenn ich eine Bindung löse, erhalte ich einen Mechanismus. Der Mechanismus besteht hier aus vier einzelnen Starkkörpern mit den entsprechenden Momentanzentren. Das Interessante ist, wenn ich die kinematische Bindung am physischen Modell wirklich löse und eine Verschiebung hier in vertikaler Richtung aufbringe, sehe ich deutlich, dass die Starkkörper um das jeweilige Momentanzentrum drehen. Die gesuchte Stabkraft des zweiten Diagonalstabes kann ich jetzt mit dem Prinzip der virtuellen Arbeiten einfach ausrechnen. Das sind die drei Berechnungsverfahren gewesen. Abschliessend möchte ich eine Diagonalkraft experimentell verifizieren. Und zwar ist das die bereits mit dem analytischen Schnitt ermittelte Stabkraft des dritten Diagonalstabes. Hierzu entferne ich den dritten Diagonalstab und baue hier einen neuen Diagonalstab ein, der integriert ein Messinstrument aufweist, wo wir die Zugkraft digital auslesen können über einen Messcomputer. Das wird jetzt hier aufgetragen. Sie sehen das. Und ich kann jetzt das Instrument mal testen. Sie sehen jetzt, wenn ich eine Kraft aufbringe, sehen Sie deutlich, dass das Messinstrument anzeigt. Ich gebe jetzt anstelle dieser zwei Gewichte die Gewichtskraft hier unten zentrisch auf die Achse des idealen Gelenkes auf. und wir ermitteln nun eine experimentelle Größe von 21,02 Newton. Wir haben berechnet 21,2 Newton. Sie sehen es. Also, ich freue mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017